Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch. Diese Empfehlung begegnet ihnen heutzutage oft in Online-Shops. Sie basiert in den meisten Fällen auf den Ergebnissen einer Assoziationsanalyse. Die Regeln, diese Analyse zu finden, ist eine nicht so einfache Herausforderung. Einfacher ist es da, bereits aufgestellte Regeln zu bewerten. Wie man dies macht, zeigen wir Ihnen in diesem Video. Die Bewertung der Regeln einer Assoziationsanalyse werden wir anhand des folgenden Beispiels erklären. Max Ohle ist begeisterter Backpacker. Vor dem Hintergrund seiner Reisen nach Südamerika und Indien möchte er die Umstände der Massenproduktion in der Textilindustrie und deren Auswirkungen, wie beispielsweise Trinkwasserverschmutzung und Kinderarbeit, nicht länger hinnehmen. Ausgehend von seiner Reiseleidenschaft und seiner Ambition, diesen Wirtschaftszweig zu verändern, hatte er die Idee, Fairtrade Outdoor-Bekleidung zu verkaufen. Dazu gründet er zunächst einen Online-Shop und verkauft dort diese drei Produkte. Eine Jacke, ein paar Schuhe und einen Rucksack. Die aktuellen Verkaufszahlen der Produkte haben wir einmal in folgender Darstellung skizziert. Max Ohle hat bisher insgesamt 1000 Kunden, von denen 700 Schuhe, 400 einen Rucksack und 500 eine Jacke gekauft haben. 100 Kunden haben sowohl die Schuhe als auch den Rucksack gekauft und 200 haben die Schuhe zusammen mit einer Jacke gekauft. Die Jacke und der Rucksack gingen insgesamt 60 Mal zusammen über den virtuellen Tresen. Schauen wir uns auf Grundlage dieser Darstellung die Berechnung der drei Kennzahlen, die zur Bewertung einer Assoziationsregel benötigt werden, einmal genauer an. Zunächst der Support. Der Support ist die Wahrscheinlichkeit bzw. relative Häufigkeit eines Produkts. Die Berechnung des Supports der drei Outdoor-Produkte aus unserem Beispiel sieht wie folgt aus. Die Verkaufszahl der Rucksäcke 400 wird durch die Gesamtkundenzahl 1000 dividiert und ergibt 0,4. Die Berechnung des Supports der Jacke erfolgt nach dem gleichen Schema. 500 geteilt durch 1000 gleich 0,5. Ebenso die Rechnung der Schuhe. 700 geteilt durch 1000 gleich 0,7. Die relative Häufigkeit des Rucksacks liegt demnach bei 40 Prozent, die der Jacke bei 50 Prozent und die der Schuhe bei 70 Prozent. Kommen wir nun zur Berechnung des Supports einer Regel. Der Support einer Regel stellt die gemeinsame Wahrscheinlichkeit von zwei Produkten dar. Auf unser Beispiel bezogen bedeutet dies, für die Regel, wenn S dann J, rechnen wir, die Schnittmenge von S und J dividiert durch 1000, also 200 geteilt durch 1000 gleich 0,2. Für die Regel, wenn S dann R, rechnen wir, die Schnittmenge von S und R dividiert durch 1000, also 100 geteilt durch 1000 gleich 0,1. Die gemeinsame Kaufwahrscheinlichkeit der Schuhe und der Jacke liegt also bei 20 Prozent, während sie beim gemeinsamen Kauf der Schuhe und des Rucksacks bei nur 10 Prozent liegt. Für die Empfehlung, Kunden, die diesen Artikel gekauft haben, kauften auch, würde Max Ohle also eher die Kombination von Schuhen und Jacke darstellen, da die Wahrscheinlichkeit, dass diese beiden Artikel zusammengekauft werden, doppelt so hoch ist wie die Kombination des Kaufs der Schuhe gemeinsam mit dem Rucksack. Wie berechnet man die Kennzahl Konfidenz einer Regel? Die Konfidenz einer Regel beschreibt den Anteil der gemeinsamen Käufe an den Käufen eines bestimmten Produkts, also die bedingte Wahrscheinlichkeit. Versuchen wir dies nun an unserem Beispiel. Für die Regel, wenn R, dann J, wird die Konfidenz wie folgt berechnet. Die Schnittmenge von R und J geteilt durch die Anzahl von J, also 60 geteilt durch 500 gleich 0,12. Analog dazu erfolgt die Berechnung der Regel, wenn J dann R. Die Schnittmenge von R und J geteilt durch R, also 60 geteilt durch 400 gleich 0,15. Der Anteil der gemeinsamen Käufe des Rucksacks und der Jacke an den Käufen der Jacke liegt bei 12%. Der Anteil der gemeinsamen Käufe des Rucksacks und der Jacke an den Käufen des Rucksacks liegt bei 15%. Der Kauf der Kombination Jacke und Rucksack war also um 3% wahrscheinlicher unter der Bedingung, dass die Kaufentscheidung zuerst auf den Rucksack gefallen ist. Kommen wir nun zur letzten Kennzahl, dem Lift. Der Lift einer Regel beschreibt die Veränderung der relativen Häufigkeit des Kaufes eines Produktes durch den Kauf eines bestimmten Produkts. Ist der Lift kleiner als 1, wurden die Produkte häufiger einzeln gekauft als gemeinsam. Umgekehrt bedeutet dies, dass wenn der Lift größer 1 ist, die Produkte häufiger zusammengekauft wurden als einzeln. In unserem Beispiel wird der Lift wie folgt bestimmt. Den Lift der Regel, wenn S dann J, berechnen wir durch die Konfidenz der Regel, wenn S dann J, dividiert durch den Support von J. Überprüfen wir also im ersten Schritt die Konfidenz der Regel, wenn S dann J, dadurch, dass wir die Schnittmenge von S und J durch die Anzahl von J dividieren, also 200 geteilt durch 500 gleich 0,4. Im zweiten Schritt dividieren wir die Konfidenz nun mit dem Support von J, also 0,4 geteilt durch 0,5 gleich 0,8. Die Berechnung des Lifts der Regel, wenn S dann R, erfolgt nach dem gleichen Schema. Im ersten Schritt wird wieder die Konfidenz der Regel, wenn S dann R, berechnet. Die Schnittmenge von S und R dividiert durch R, also 100 geteilt durch 400 gleich 0,25. Im zweiten Schritt erfolgt die Division der Konfidenz mit dem Support von R, also 0,25 geteilt durch 0,4 gleich 0,625. Die Veränderung der relativen Kaufwahrscheinlichkeit von Schuhen zur Jacke ist zwar mit 0,8 größer als von den Schuhen zum Rucksack mit 0,625, insgesamt aber noch kleiner 1. Relativ gesehen haben also weniger Kunden Schuhe und Jacke gemeinsam gekauft, als alle Kunden insgesamt gekauft haben. Somit bleibt Max Ohle noch Potenzial für Cross-Selling. Viel Erfolg weiterhin beim Lernen und auch beruflich alles Gute!